Der Babbola Aerostorm GT ist eher ein Präzisions, denn ein Powerwerkzeug. Das Ding bietet einen 98er Kopf, wiegt 300 Gramm und nicht wie die Tour-Variante 320 Gramm, hat eine Balance von 32 Null und ein Beseitungsbild von 16 x 20. Auch hier findet man natürlich wieder die typischen Merkmale der Aero-Serien. Zum einen wurde hier die GT-Technologie verwandt, zum zweiten natürlich wieder ein Cortex-System und zum dritten der etwas abgeflachtere und rundere Rahmen hier im Schlägerherzen, mit dem man einfach besser durch die Luft schneiden kann.